Ansonsten ist die Autobahn schön leer, also auf dem Runselspurt. Wenn wir drüben sieben, sind wir schon bei Olufang unterwegs. Morgenstunde hat Gold im Mund. Nee, 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 das möchte ich eigentlich auch nicht. Wenn so viel Gold in der Fresse rumrennen, das bringt es nicht. Da stehe ich dann zusammen, neben dem Drogendealer und dem Zuhälter in der Bank, mit so viel Gold im Haul. Mach's Maul zu, oder Mach's Maul auf. Kennen wir ja von den Russen. Wie lassen sich die Zeige hier, naja, besser gar nicht. Der Bankräuber geht dann auf den Zuhälter zu, sagt, mach die Hose zu, ein Stück noch Fisch. Und der Koks-Dealer, gib mir was ab von einem Koks, oder? Naja, wurscht. Immer noch besser als einer von der Aachen. Das sind angesehene Bürger. Die von der Aachen nicht. Das sind Waschlatten. Eierlose Ingebieten. Leute, die Kinder schlagen. Nicht an kleinen Kindervergehen. Die können's nur mit Kindern. Und nur da fühlen sie sich stark genug. Wenn sie uns an einem gegenüber stehen, haben sie die Hosen gestrichen voll, ziehen sie den Schwanz ein, Arsch haben sie eh keinen in der Hose. Ja. Dasselbe Gerr geflöten. Der würde ihnen auf Grundeis gehen. Der Arsch meine ich. Wenn sie uns gegenüber stehen würden. Das meine ich. Gegenüber einem Kind kann man natürlich den Ding raushängen lassen. Den Chef, ist klar. Ich bin was, du bist gar nichts. Was hat jetzt das Ding auf Ding umschalten? Wo kann ich hier nochmal auf Ding umschalten? Ja. Tag, Nacht. Nacht, Nacht, Nacht. Scheiße, Mann. Bleiben Sie links. Ja. Nachtmauer nicht. Du Arschlappen. Es wird eine Steuerung angezeigt. Auf der rechten Seite. Dort. Da. Da oben. Ein Ausrufezeichen. Was ist das nur? Hoppala. Ähm. Karte Rollen. Wann ist Karte Rollen? Hoppala. Nein. Und dann blühen. Oh. Sehr schnell. Du solltest vielleicht aufhören zu spielen. mit dem Ding. Fertig. 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 Habe fertig. Äh. Bündung 1 und 2. Hilfe. 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 Hilfe holen. Mit Auto. Zu Fuß. Was? Wo bin ich? Wo? Wo bin ich? Wo bin ich? Im AKW. Ich bin auf der A81. Die E41. Zwischen 81 und E41. Jagdstahlbrücke. 9700 Meter. 9600 Meter. 9550. Und A6. Osterburgen. 1050. 1150. 1200 Meter. Okay. Nee. Das ist ja genial. Da stehen sogar die Breitengraden. Nörglich. Not East. Ist East jetzt Osten? Nee. East ist Westen. Nordwesten. Ich bin ganz schlecht da drin. Hilfe. Hilfe über Telefon. Ich brauche Hilfe über Telefon. Brauche ich nicht. Ich brauche keine Hilfe. Ich brauche keine Hilfe. Ich sagte ja. Hilfe holen. Mit Auto. SMS. Hilfe holen zu Fuß. Mit LKW. Schade. 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 Buch ginger TIME. oops hvor man manche dann kann zum rutschen kann nicht zum Vorlesen von Strasstennachrichten oder Nachrichten Verwendet werden. corrige Ecke. Anzeigen. Sie fragen jetzt zum ersten Mal. Natürlich fragen Sie zum ersten Mal. Ich habe Sie auch erst... Ich möge dich gleich, bis du konntest. Hier in Ihrem Heimatort zum Arbeitsort. Bitte geben Sie einen Ausgangsort bzw. Ihre Heimatadresse und einen Zielort, z.B. Ihre Arbeitsplatzadresse an. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wo ich wohne. Ich wohne unter einer Portge. Ich weiß nicht, ob die Straße heißt. Ich sehe eine ganz arme Sau. Außer meinem Hund Pfiffi. Bis jetzt sehe ich noch eine Decke mit vielen, vielen Löchern. Und dann meine Schlafdecke. Die habe ich natürlich vergessen unter der Brücke. So eine Decke aber auch. Ja. Nö, will ich nicht. Sonderziele, letztes Ziel. Was gibt es denn da noch? Favoritenadresse, blablabla. Letztes Ziel, Sonderziele, Heimatort, mein Standort, Punkt auf der Karte, Längen- und Breitengrad, Standzentrum, Position des Letzten. Halt! 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 Das macht er bei Assassin's Creed. Halt! Ja, das fand ich immer ganz lustig. Abbrechen. Halt! 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 Das ist wieder was anderes. Die Heimat Tertiroler Schmankerl. Das sind Leckerbissen. Schmankerl sind Leckerbissen. Hat aber Quatsch an dem Fischchen drauf. Jesus für die Schist. Im Zeichen der Fische. Übrigens. Den haben sie auch zu heiß gebadet. Der Tertiroler hier. Wenn es überhaupt ein Tertiroler ist, wird sie froh. Was ist das jetzt? Achso, die Tankstelle. Einstellung ändern. Ach, hier. Nachfarbe verwenden. Da ist es. Fuck. Schmelzer. Ich bin der Melzer. Ich bin gekommen zum Zahn... Zum Zahnschmelzer. Ne, was ne Zahnschmelzer. Scheiße. Ich muss erwarten, bis er rüber zieht. Dann kann er auch rüber ziehen. Ja. 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 Mal. 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 Noch ein Problem. Melzer. Mach mal auf, was soll die Kacke hier? Einstellung, Nachtfarben verwenden. Nein, das kann nicht wahr sein, oder? Jetzt du dumme Sau, du dumme Du und dann alle mal da oben. Links und rechts war in die Fresse. Baustelle? Baustelle in 800m. Da trifft sich ja nicht ganz gut, da könnte ich doch mal gucken, ob er eigentlich ein Müssen hat. Navigation, Navigieren zu. Letztes Ziel, Adresse, Hopperland. Die Postleitzahl. Das wäre 1, 6. Ah, macht 6. 2, 5, 6. 2, 5, 6. D butt. Tuck. Ja ist, cœur ist noch ein Rollerheber dazu. Das ist jetzt schon recht. Das ist ein Stadtzentrum. Das ist ein Stadtzentrum. Alles gut. A, A, C, Dasedur, H, N, A, A, N, F, A, R, A, R, A, R. Die Runde wird geplant. Jetzt werde ich noch mal gespannt. Der eine klickt dem anderen in den Koffer. Soviel steht schon mal fest. Das sieht lustig aus. Ich sehe alles. Ich höre alles, ich sehe alles. Nur wissen tue ich nicht alles. Aber hey! Das habe ich auch mal im Hauptfeldwebel bei der Bundeswehr. Das ist ein Arschloch. Route wird geplant. Alter Schwede. Äh... Nein. Die Reiseroute ist zur Zeit leer. Fügen Sie mit der Schaltfläche hinzufügen Ziele und Wegpunkte hinzu. Hups! The fuck. Sag ich. Nee, wir wollen nicht runterfahren. Ich will locker nicht runterfahren. So hauge ich nur den Ding an. Kante rollen. Kann die rollen. Ich... Oh, das ist ein bisschen zu viel. Ich will doch wissen, wo das ist. Es ist, es ist, es ist. Scheiße. Neuhaken bei Berlin. What the fuck. Oh, es ist bei Berlin. Es hat sich bei Berlin verewigt. Nein, ist das übel. Nach 800 Metern nehmen Sie die Ausfahrt, dann biegen Sie rechts ab. Schnauze. Das meint jetzt, Ralf. Da hat doch gar nichts zwischen zu reden. Sonst kastriere ich dich. Okay? So. Fertig. Nehmen Sie die Ausfahrt, dann biegen Sie rechts ab. Pst. Ruhig. Nichts sagen. Wie war das jetzt nochmal? Genau. Einstellung in der Navigierung zu. Letztes Ziel. Wer ist da? Helle Batch. Fertig. 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 Ich möchte gerne auf Ding umschalten, wenn das ruhig ist. Nein. 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 Doch. Keine Schluckung an. Nachfarbe verändern. Nachfarbe verändern. Nachfarbe verwenden, natürlich. Ja. Das war meine Lieblingszeit bei der Bundeswehr. Das war meine allerliebste Zeit. Da konnten nur so viele Leute erinnern. Grün und blau. So, mein Freund. So, mein Freund. Jetzt kommt der BKW. Ich sehe was, was du noch nicht siehst. Was ein Peckli ist. Das ist so meinte Melke heute. Jetzt kommt gleich Tunnel. Das dauert aber noch ein bisschen. Na ja. Na ja, was stimmt. Schauen wir mal auf 580. Der Tunnel kommt nicht gleich. Kommt immer noch ein Auto. Haben geschossen. Na ja, halt. Kommt noch eins. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, als wäre es gestern gewesen. Als wir auf dem Gang standen. Auf einem langen, dunklen Gang. Und jetzt Arschloch von Hauptverkleber steht genau neben mir. Meine Fresse, kannst du auch mal auf dunkel bleiben Arschloch. Na ja. Wie schön. Das Sammeln im Meute steht in Reih und Glied. Ah, Glied. Und der fängt an zu trellern. Oh, Sammeln. Genau bei mir ins Ohr rein natürlich. Und der fängt an zu schreien wie als ob. Warum hat er den gleichen Megafon genommen? Ja, mir hat mehr Platz, mein Trommelfell. Macht ja nichts, ich hab ja noch ein anderes. Das auf der linken Seite, das geht auch. Arschloch, ne? Dann guckt er mich an, wie der Echerleweck blitzt. Er sagt, könnten sie nicht noch ein wenig lauter schreien können, ich hab nämlich keinmal verstanden. Hat er mich angeguckt. So nach dem Motto, mit dir fahr ich auch nur mal Schlitt. Das kannst du gern probieren. Muss dich aber warm anziehen bei mir, Freundchen. erzählen? Ja ich höle mal. Das ist das klar, was er. Da, ist das gut. Da, ist es gut. Okay. Was ist denn das? Das ist ein Holztier, mein Sohn. Ah, den muss ich auf die Zunge legen und dann drauf rumkauen. Nein, warum das? Mein Sohn, das ist nicht zu essen. Warum das? Ich denke, was soll es in den Mund stecken? Ja, aber... Ich habe einen ja in die Husentasche gesteckt. Der drückt mir das Ding in die Hand. Ich habe ja schon mal geguckt. Was soll ich denn damit anfangen? Ich habe es in die Husentasche gesteckt. Auf so einen Pfeil. Der Pfarrer ist in der Reihe gesprungen. Und wieder etwas, was beweist, dass der Mensch eigentlich vom Affen abstammt. Wenn man sich den Pfarrer mal so vorstellt, wie der rumgesprungen ist. Von Kronleuchter zu Kronleuchter. Man könnte echt meinen, dass der Vorfahrer von ihm war Oranghuter. Oder Gorilla. Oder irgendein Schimpanz oder irgendwas in der Richtung. Irgendwas Primitives. Und die Laude, die er dann von sich gegeben hat, die waren auch nicht menschlicher Natur. Ich meine ja nur. Ich meine ja nur. Ich bin ein schönes Kaffeebanger her. Au. Da oben. Da haben die da reingewischt Beton. Ah, Achtung. Auf einen Schlag vorbereiten. Jetzt geht es gleich abwärts. Batsch, sack ich doch. Au, da war noch eine. Die wusste ich nicht. Ja, kann ja nicht alles wissen. Genau. Der Audi-Fahrer. Jetzt ist natürlich der Audi-Fahrer vor mir. Ich wollte eigentlich nicht für einen Kollegen machen, aber dann kam der Audi-Fahrer mit dazwischen. Als Lichthubbel macht meine Audi-Fahrer, ich würde ihn meinen. Fucker, Idiot.